Du hast ja auch bestimmt als selbst Schalke-Fan gesehen, was auf Schalke abging oder was da jetzt immer noch abgeht. Man sagt ja immer, mach dein Hobby zum Beruf und du verlierst dein Hobby. Also habe ich es relativ neutral geguckt. Ich muss zu dem Schalke gegen Hertha-Spiel sagen, ich habe wenig Teams in der Felddienstarena gesehen, die das so routiniert, diese Atmosphäre runtergespielt haben wie die Hertha. Schalke war auch schlecht, zumindest die ersten 60, 65 Minuten. Aber die Hertha hat das so routiniert runtergespielt. Die haben kaum Fehler im Spielaufbau gemacht, kaum Fehler gruppentaktisch gemacht. Schalke null ins Spiel kommen lassen und das schaffen auch Schalke echt wenig Teams. Dass man das mal hört über Hertha. Dankeschön. Hätte ich nicht gedacht. Und ich habe aus der Kurve auch ein bisschen ein anderes Feeling auch teilweise gehabt. Also zum Spiel einfach generell, Benji, Rizlek, wir sind ja als Neuner-Bus da gestern um 5.30 Uhr los. Gebettert waren, ich glaube so 13 Uhr da. Äh, 13 Uhr sag ich so, 11.30 Uhr da. Stimmung im Stadion zum Start natürlich geil, aber ich muss sagen, ich war auch richtig enttäuscht von Schalke. Natürlich hat das was auch mit zu tun, dass die Spieler nicht so ganz performen. Aber ich glaube ab der 50., 55. Minute hat der Support komplett aufgehört. Unser Kapo hat auch gesagt, ey, die hören auf, wir haben Heimspiel hier gerade. Und wir sind komplett da reingeritten. Und Stimmung war, also ich weiß nicht, wie das im Fernsehen durchkam. Ich habe mir die Highlights nochmal gegeben im Nachhinein, damit man sich nochmal die einzelnen Tore gibt. Kam auch ganz geil, ganz geil Sound durch von uns, ehrlich gesagt. Ja, muss ich echt sagen. Ja, aber ich fand es übelst hektisch von uns gespielt, weil du sagst, dass sie es so routiniert gemacht haben. Aber habe ich mich gefragt, wo. Weil wir haben, ich fand, wir haben in sehr wenigen Fällen den Ball sauber ausgespielt nach vorne und mit Sicherheit den Ball gebracht. Sondern man hat eigentlich nur übertrieben viel geklärt die ganze Zeit so, weißt du? Du meinst, du meinst im letzten Drittel unsauber ausgespielt, ne? Also sobald der Ball dann so vertikans, der zu Drittel kommt, ja, das stimmt. Das ist ja aber auch ein Stilmittel von Paldada, dass es so Chaos in der letzten Linie ist. Weil Hertha rotiert ja mittlerweile, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber die rotieren ja so viel in den Positionen im Spielaufbau, dass dann in der letzten Linie Chaos so ein bisschen vorprogrammiert ist. Aber alles, was so von Abwehr ins Mittelfeld, so Bewegungsabläufe, Positionsrotationen angeht, das fand ich sauroutiniert. Also klar, in der letzten Linie kannst du es mit Sicherheit noch besser ausspielen. Aber alles, was so davor ist, bis Linie 1, Linie 2, Abwehr, Mittelfeld, das war eigentlich fast fehlerfrei über 60, 65 Minuten. Und am Ende wird es halt ein bisschen wild, das Spiel, ne? Ja, ist doch schön zu hören, aber das ist doch echt nicht gedacht, Digga. Ja, weil bisher dachte ich auch so, Hertha hat jetzt auch nicht besonders so gut gespielt eigentlich. Ja, wir haben unsere Chancen gemacht. Wie fandest du die Leistung von Fabi? Krass, der Typ hat so viel Energie. Ich würde sagen, es ist mit Abstand der fitteste Spieler der zweiten Liga. Also ohne Flux, ohne jetzt in den Statistiken nachgeguckt zu haben, das muss doch der Spieler sein in der zweiten Liga, der die meisten intensiven Läufe hatte. Ja, wir hatten diese Stat mal letztens. Die können die doch locker rausholen, oder? Das ist doch bei Bundesliga in den Deep-Stats drin, glaube ich. Da kann man, glaube ich, sehen, wie viele Sprints die gemacht haben und so weiter und so fort. Aber ist auf jeden Fall oben dabei. Auch fette Props muss man auch an dieser Stelle nochmal öffentlich an Thiag Ernst auch geben. Digga, der hat teilweise auf der Linie auch echt saftige Bälle rausgeholt. Der junge Bochumer Spieler war von Bobic auch noch echt nochmal ein guter Fang für uns. Wahnsinn. So, wir schauen mal. Mit 273 Sprints, Fabi, der meiste. Aber intensive Läufe nicht. Intensive Läufe ist Tom Rote mit sieben. Zeig mal, wie viel der ist da? Tom Rote ist doch der, der vom BVB gekommen ist, oder? Von Kiel. Aber mit dem Unterschied, dass der linker Schienenspieler auch ist. Also, der beackert die Linie komplett alleine und Reze hat ja meistens noch einen im Rücken. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, dass Reze auf jeden Fall mal mindestens die meisten Sprints gezogen hat, weil der so oft in die Tiefe läuft. Das ist krass. Das stimmt. Du kennst ihn ja auch als Schalker. Also, als Schalke-Sympathisant, sag ich mal jetzt. Fan ist ja, sagst du, das ist ja nur Hobby jetzt. Als Schalke-Sympathisant. Nein, Spaß. Du hast ja Fabi gesehen in der Jugendphase. Da wurde ja bei euch da so mehr oder weniger aussortiert nach dem einen ganz guten Jahr, wo er seine Einsätze bekommen hat. Ich glaube, es war ein Fehler. Was hat man da übersehen? Oder sagst du, er war damals einfach noch nicht so ganz ready? Ich glaube, der hat damals seine Position nicht gefunden zu seiner Schalke-Zeit. Er hat ja, korrigiert mich, war Stürmer in der Jugend. Also, hat wirklich vorne Targetman gespielt. Und jetzt mittlerweile, würde ich sagen, hat er sich selber und sein Spiel ein bisschen mehr adaptiert an die zweite Liga. Und mittlerweile, ich glaube, das ist auch ein Spieler, der auf jeden Fall Bundesliga spielen kann. Also, hat sich selber mehr gefunden. Und das Problem, wie immer auch Schalke, zwischen was ist der Anspruch in der Realität und was haben wir eigentlich gerade an Spielermaterial da, ist halt immer vollkommener Quatsch gewesen die letzten Jahre. Und deswegen hast du so einem Spieler dann auch einfach nicht die Chance gegeben, weil du dachtest, wir sind besser, als wir eigentlich sind. Ja, okay. Ich glaube, da war auch, der hat auch ein bisschen Chip on the shoulder, wie man so schön sagt. Der wird wahrscheinlich da noch ein bisschen ernster, so ein bisschen mehr Bock gehabt haben bei diesem Game. Ja, Mann. All in all kann man sagen, Schalke, achso, apropos Schalke. Ich meine, da gab es ja auch heute noch fette News, Alter. Die haben ja sich jetzt auch direkt einen neuen Trainer geschnappt. Was ist deine Meinung zu dem Belgier, der bei Saint-Golois eigentlich eine sehr, sehr gute, souveräne Leistung die letzten Jahre gebracht hat? Ich weiß nicht, ich glaube, es war nur eine Saison, oder? Eine Saison! Ich glaube, er hat bis jetzt erst eine Saison im Profifußball. Ich habe sie letztes Jahr ein paar Mal gesehen, vor allen Dingen gegen Leverkusen beide Spiele. Es ist halt ein Trainer, der sich sehr am Gegner orientiert, aber der maximal für Struktur steht. Und vor allen Dingen aus einer kompakten Defensive heraus versucht, auch vernünftig einen Ballbesitz aufzubauen. Ich bin halt mal gespannt, wie schnell Schalke jetzt vom Mindset auch tatsächlich umswitchen kann. Weil ich habe auch beim Hertha-Spiel immer das Gefühl gehabt, dass die Spieler einfach gar nicht auf dem Platz sind. Also die sind mit allem überfordert. Sobald die einen Fehlpass spielen, ist komplett alles vorbei. Und ich bin mal gespannt, wie schnell er die Mannschaft erreicht. Vor allen Dingen auch aufgrund, also er hat ja eine Sprachbarriere, spricht ja kein Deutsch. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel die Schalke-Spieler haben. Also das muss ich auch mal ganz ehrlich zu sagen. Ja, es ist natürlich immer tough mit Sprache. Wer weiß, natürlich muss man sich da reinhängen mit der Sprache. Er muss gefühlt den Schritt gehen, dass er ein bisschen Deutsch lernt gefühlt noch mehr. Ja, wird er ja auch. Oder er, ich glaube, wer war das? Graham Potter? War das der? Ich weiß nicht, der von Chelsea? Der konnte einfach fließend Französisch, der hat immer Französisch geredet und dann direkt Englisch. Der hat so gesagt, so, you gotta fucking do it, man. Und dann war der Peter de Merte. Peter de Merte, okay, krass. War schon sick? Also wenn du so jemanden hast, der bilingual da unterwegs ist, also so zwei Amtssprachen rasiert, ist schon krass. Der zwei Amtssprachen rasiert, meine Freunde. Die Lingo ist auf jeden Fall, Leute, wieder top-notch. Top-notch. Top-top-notch. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen Schalke, was wieder aufsteht. Sagen ich dir, wie es ist. Es ist sehr unterhaltsam von außerhalb auch zu sehen, wie es auf und ab geht. Ich dachte immer, ey, jetzt tiefer mehr durcheinander als bei Herd. Das jetzt war, kann es nicht sein. Gefühlt ist Schalke jetzt gerade schon wieder. Bambam, Bigolo, dann läuft es mal wieder. Dann sind sie wieder, Tchusikowski. Denkst du, wird diese Saison noch Möglichkeit sein, oben mit wieder ranzukommen? Oder ist sie erstmal abgegessen, diese Saison? Also ich glaube, wenn jemand oben mitspielt, dann eher härter als Schalke. Obwohl es beide Teams, glaube ich, auch Strecke schwer haben werden, weil andere Teams einfach schon zwei, drei Schritte weiter sind. Obwohl Hertha jetzt das vernünftige Fundament hat. Bei Schalke sehe ich ehrlicherweise nicht die Chance, ich glaube, da geht es eher darum, irgendwo ein stabiles Fundament zu legen in diesem Jahr. Und dann in einer neuen Saison anzugreifen, eventuell mit dem neuen Trainer. Aber also wenn er härter. Was denkt ihr beide denn? Ich wollte die Frage nämlich auch stellen, wo beide landen. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube auch, dass Schalke jetzt bestimmt nochmal, auch wenn ich jetzt nicht so tief im Schalke-Thema drin bin, dass sie theoretisch, ich weiß nicht, ob sie es können, eigentlich in der Winterpause noch irgendwelche Transfers tätigen müssen. Und sich ein paar Spieler besorgen, die vielleicht auch ein bisschen Ruhe auf den Platz mit reinbringen, die ein bisschen spielerisch was können. Mal gucken, ob der Trainer da irgendwie die Möglichkeiten kriegt. Ich weiß nicht, wie da die finanziellen Möglichkeiten auch auf Schalke sind. Und deswegen glaube ich, es ist für mich sehr, sehr schwer zu sagen, so ey, Schalke hat gut gestartet gegen Lautern, auch da 3-0 gewonnen. So gefühlt dachte ich so, okay, die Saison ist gar nicht so schlecht gegen Hamburg. Aber die hatten rote. Lautern hat fast ganz schön mit rote Karten gespielt. Das war so, das war eher so, ne? Zwei rote Karten sogar. Siehst du, zwei sogar. Das war so ein Fraud-Game, da wo du denkst, oh, die haben aber da gut gemacht. Aber gegen Hamburg war auch nicht schlecht am Anfang. Das war offensiv, hat es geknallt da wenigstens. Aber ich glaube, defensiv ging Verwirrter fast gar nicht so, glaube ich. Fünf Dinge halt auch sich eins, also ne? Fünf Dinge ist schon viel, trotz. Aber ja, ich hatte auch das Feeling, weil dieser Udraogo, du hast so Einzelaktionen von ein paar Spielern gesehen. Ja, der ist ein Macher, der kann es wirklich. Genau. Und du warst so, okay, die haben eigentlich, das ist so wie bei uns Hertha, Digga. Wie haben wir gestartet, Digga? Ich war so, hä, es kann doch nicht sein jetzt. Wir sind doch locker für die zweite Liga eigentlich jetzt. Wir hatten doch den Kader. Aber bei Hertha war das riesige, riesige Problem. Der Kader stand wirklich nicht bis zum 31. August, Alter. Da wusstest du noch nicht. Richter war noch da. Der hat das Mittelfeld komplett verlangsamt. Du wirst es auch gesehen haben, jetzt im Nachhinein, Digga. Der hat sieben Ballkontakte teilweise da bei uns gehabt im Mittelfeld. Obwohl du ja als Zehner eher so schnell machen willst. Und mein Feeling ist, ich glaube, so Richtung Platz 3 oder so könnte ich mir bei Hertha noch vorstellen. Aber ich finde, du hast jetzt schon, wir haben ja jetzt schon vier Siege, fünf Niederlagen. Fünf Niederlagen ist schon so eine krasse Zahl, finde ich. Und die macht mir so ein bisschen Angst über die ganze Saison. Weil auch wenn du jetzt im Nachhinein deine Siege holst, in der zweiten Liga stolperst du immer und immer, immer mal wieder. Über so Lautaren, über dann mal so Fein wie Wiesbaden oder so, die einfach sich dann mauern in dem Spiel oder so. Und da ist so meine Angst, warum ich sage, es kann auch nicht klappen, Safe, dieses Jahr. Aber Schalke, sorry, ich will, ich lasse dich. Nee, alles gut, nee, alles gut. Schalke wiederum, da sehe ich die, ich sehe die, ich sehe die am Struggeln weiterhin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trainer kommt und es wird ein Schalter umgelegt und diese Mentalität. Weil, was mir bei Hertha, weil ich habe ja so ein bisschen Insights bei Hertha. Ich habe ja mit Fabi Reza, habe ich ja ein bisschen Kontakt und so. Und ich frage ihn dann auch einfach ehrlich, wie ist die Lage, wie läuft es, wie ist die Stimmung und so weiter und so fort. Und da bekomme ich halt immer wieder so ein ehrliches Bro. Wow, die Mannschaft bockt, das sind gute Leute. Wir sind ein Team jetzt mittlerweile. Ich habe nach Düsseldorf, waren wir schon so am Arsch gefühlt und er war so, gibt der Mannschaft mal wirklich drei, vier Wochen und dann können wir nochmal darüber reden, dann kann man wirklich ein Fazit ziehen. Und das sehe ich gefühlt so ein bisschen bei Schalke nicht. Mit Baumgartel, die Thematik da, das war ein bisschen hektisch schon wieder. Es fühlt sich nicht so an, als ob die so alle zusammenhalten. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe voll, was du meinst zu dem Hertha-Stab, muss man auch sagen, dass der für mich einzige Fehler, den Paldada bis jetzt gemacht hat, dass er, also Hertha spielt ja jetzt aktuell so ein 2-3-5-System, also im Ballbesitz so ein 2-3-5 und die füllen dann einfach immer wieder auf die ganze Zeit. Also die rotieren in die Position, füllen auf, dieses System und, und, und. Und ich hätte mir gewünscht bei der Hertha, dass du das, die ersten drei Spiele auch mit einem anderen Spielermaterial spielst. Weil, dann verlierst du vielleicht beim HSV 6-3 oder so, keine Ahnung. Aber du hast zumindest in den ersten drei Spielen schon ein Fundament. Und ich glaube nicht, dass du dann gegen Düsseldorf, also gegen Düsseldorf gewinnst du dann, bin ich mir relativ sicher, wenn du das in der Vorbereitung schon hast. Weil die Vorbereitung bei der Hertha, ich habe es ja durch Felicio alles live mitbekommen, live und in Farbe, die war ja schon, da war genau das Gleiche wie in den ersten drei Spielen. Also die hättest du dir auch nicht sparen können, die Vorbereitung. Und das hätte ich mir bei der Hertha ein bisschen früher gewünscht, dann hätte sie diese fünf Niederlagen da nicht stehen. Aber dieses Fundament gibt es jetzt eben. Und gepaart mit dem Spielermaterial, die Hertha hat immer noch einen der Top-3-Kader in der Liga. Also es gibt vielleicht der HSV noch, aber sagt mir, eine Mannschaft, die einen besseren Kader hat als die Hertha. Ja. Keiner, so ein Ding ist es. So ein Ding ist es nämlich. Haris für 500k geschnappt. Und wie Haris auch wirklich bindet, den Innenverteidiger. Und das ist das Problem, auch der Unterschied nochmal zu einem Haris und zum Beispiel einem Selke, finde ich jetzt so in der zweiten Liga. Warum lachst du so? Ich sage einfach, ein ehrliches, ein Haris ist gemacht für die zweite Liga gefühlt, weil da brauchst du diesen Brecherstürmer. Digga, wie der teilweise die Verteidigung da so mit seinen Hinterarmen so einnimmt, bindet der immer zwei Leute an sich. Das heißt, du hast dann auf den ganz anderen Stellen schon wieder viel mehr Freiheit, um Geschwindigkeit da reinzubringen. Deswegen, Kader, gebe ich dir recht, ist ein guter Kader, die mussten aber halt spielen. Das ist halt das Wichtige. Und die müssen ein Team werden, die müssen zusammenwachsen. Und Pahl hat ja auch immer in den Pressekonferenzen gesagt, die Kabine riecht nach Schweiß, hat er immer gesagt. Er meinte, letztes Jahr hat die nie nach Schweiß geraucht. Die haben sich nicht kaputt gemacht, die Jungs. Und jetzt hast du eine Mannschaft, du siehst ja, Fabi geht ja da voran. 730 Sprints. Da kann er jetzt zu jedem sagen, Digga, wie viel sprintet ihr im Spiel so auf den? So kann man seine Mitmenschen mitziehen auf dem so.